Grüß euch Leid, habetere. Es ist soweit. Ich habe meinen Job gekündigt. Und nach langem Warten... ...ist das Visum endlich da. Am Montag werde ich meine geliebte Stadt verlassen. Und einen Sprung ins kalte Wasser wagen. Das Footballstipendium beginnt nächste Woche. Und ich hoffe, dass harte Training... ...zahlt. Au. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.